Herzlich willkommen zur Hörausgabe unseres KI-Toolparty.de-Newsletters Ausgabe 8. Jetzt kommt Chat GPT-4. Microsoft Deutschland CTO Andreas Braun das ankündigt, dass nächste Woche die Veröffentlichung von GPT-4, einer neuen Version des bekannten KI-Modells GPT-Generative-Pretraine-Transformer, bevorsteht. Es wird betont, dass GPT-4 ein multimodales Modell sein wird, was bedeutet, dass es nicht nur Texte verarbeiten, sondern auch Bilder und Audio-Informationen analysieren und generieren kann. GPT-4 enthält Verbesserungen sowie Anwendungen in Bereichen wie Kunst, Musik, Film sowie einer erweiterten Ethikkomponente. Einschätzung des Gründers von A16Z und Mitgründer des Unternehmens Netscape Communications zum Thema Künstliche Intelligenz Er manifiest� dwellers mit Bildern mit Unternehmens Netscape Unsere Instaratur von A16Z aus scooter ist sicherlich viel mit einer definierten Bertrand O doctor ich dem 2h und nlanggeKing.de-Rund durchsit EXT LCD-3